Ja Leute, moin und herzlich willkommen zum zweiten Motovlog. Leicht verspätet würde ich sagen, also es hätte jetzt echt lange gedauert. Aber es ist auch super viel passiert, werde ich jetzt im Video ein bisschen darüber erzählen. Sag was? Was? Sag was? Ja. Okay. Das Video geht schon mal gut los. Ich hoffe, meine Ton ist in Ordnung. Ich habe versucht, das Mikrofon da so reinzuklemmen. Jo, also um vielleicht nochmal ein bisschen genauer darauf einzugehen, warum keine... Jo, was hat der denn los? Ist ja auch wie so ein Seuchenschuss-Typ. Also auf jeden Fall, um nochmal darauf einzugehen, warum keine Videos kamen. Es gab so ein paar mehrere Gründe. Erstmal, kurz nachdem wir unser erstes Video hochgeladen hatten, hatte der Kollege da vorne einen kleinen Unfall. Es ging darum, dass ihm die Vorfahrt genommen wurde. Also das Auto war schuld quasi und er hat sich halt über sein Motorrad gelegt. Da war die Maschine dementsprechend erstmal am... Wenn ihr nochmal ein separates Video dazu haben wollt, könnt ihr es auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Also wenn wir noch ein bisschen detailliert haben, dann nochmal darauf eingehen sollen. Und deshalb kamen erstmal keine Videos. Und da hat uns natürlich Corona noch extrem zugesetzt. Das Treffen und so war schwierig immer. Ich meine, auf Motorrad war es am Anfang noch okay, dann irgendwann nicht mehr so. Ja, war auf jeden Fall schwierig. Und jetzt auf einmal, gucke ich nach Ewigkeiten auf diesem Kanal und das eine Video hat einfach 24.000 Aufrufe. Wo ich mir auch so dachte, jo, jetzt könnte man wieder ein bisschen Content kommen. Und deshalb dachten wir uns heute, fahren wir mal ein bisschen durch die Stadt. Ich weiß nicht, die GoPro ist, glaube ich, nicht ganz aufgeladen. Oh, geil. Genießen das schöne Wetter und haben einfach ein bisschen Spaß, ne? Oh, jungen, wie sieht das geil aus. Oh, genau, ich will einfach genauso stehen, Mann. Das sieht gut aus der Kamera raus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt sind halt gerade wieder drei Tage lang, glaube ich. Das ist wieder so richtig geiles Wetter. Weiß nicht, 25 Grad oder 20 Grad, glaube ich. Dann wieder Sonnenschein. Das ist einfach wieder so geiles Motorradwetter. Also ich habe schon wieder so Bock gehabt zu fahren. Und da dachte ich mir, komm, schmeiß mal die Kamera mal wieder an, drehe ein kleines, schönes Video. Bis zum nächsten Mal.